Guten Morgen, Miss Happy von Moritz Mattis Gelesen von Ronald Zerfeld Eine Produktion des Argon Verlags Wege zum Ruhm Was hältst du davon, wenn ich ein Buch schreibe? Miss Happy hebt ihren schwarzen Labrador-Kopf. Ein Buch? Worüber? Ich nippe am ersten Espresso des Tages. Die Sonne scheint durchs Küchenfenster. Wie üblich schläft der Rest meiner Familie noch. Na, über dich und mich, antworte ich. Du willst ein Buch über mich schreiben? Finde ich gut. Über uns, korrigiere ich pekiert. Über unsere Gespräche und Erlebnisse. Ein Buch über einen Mann und seinen Hund. Aber hauptsächlich geht es doch um mich, oder? Fragt Miss Happy. Nein, es geht um uns beide, erwidere ich genervt. Miss Happy überlegt eine Weile. Ich frage mich, wieso du darin vorkommen musst. Ich meine, Geschichten über Durchschnittstypen gibt es ja wie Sand am Meer. Sprechende Hunde sind hingegen rar. Aber ich bin Teil der Geschichte, bringe ich perplex hervor. Zum Beispiel bin ich es, der herausgefunden hat, dass du sprechen kannst, weil ich dich beim Plaudern mit dem Sprachassistenten erwischt habe. Ich habe nicht geplaudert, ich wollte nur den Fernseher einschalten, erwidert Miss Happy. Übrigens werden es mir sehr viele Hunde übel nehmen, wenn ich dieses kleine Geheimnis ausplaudere. Du meinst, wenn du verrätst, dass du sprechen kannst? Ich verrate ja auch, dass alle Hunde sprechen können. Und dann ergeht es uns Hunden wie den Papageien. Seit raus ist, dass sie sprechen können, haben sie keine ruhige Minute mehr. Ich winke ab. Sieh die Sache mal nicht zu dramatisch. Ich bin sicher, dass man die Geschichte als Fiktion betrachten wird. Selbst Sabine und Emily haben keine Ahnung davon, dass du sprechen kannst. Und die wohnen immerhin mit dir unter einem Dach. Apropos, hakt Miss Happy ein, warum tauchen Sabine und Emily eigentlich nicht in meinem Buch auf? Ich meine, wenn du schon unbedingt erwähnt werden willst, dann gilt ja wohl gleiches Recht für deine Frau und deine Tochter, oder? Natürlich sollen sie auch erwähnt werden, sage ich. Offiziell bist du der Hund unserer Tochter. Und Emily hat ihr auch deinen Namen gegeben. Zumindest die Hälfte davon, wirft Miss Happy ein. Genau. Sabine hat die Anrede erfunden, weil du sie an die Südstaaten Miss Scarlet O'Hara erinnerst. Eben. Klingt trotzdem, als würde da jetzt noch ein Aber kommen. Ja, da Emily und Sabine nicht wissen, dass du reden kannst, sind unsere gemeinsamen Aktivitäten als Familie nicht besonders spannend. Ich meine, wir leben einen normalen Alltag mit Hund. Das sehe ich etwas anders. Es gab in meinem jungen Leben schon eine Menge besonderer Momente. Etwa unsere allererste Begegnung, erinnerst du dich? Wie ich als zuckersüßer Welpe Emily entgegengelaufen bin. Daraus könnte selbst ein unbegabter Schriftsteller eine herzergreifende Geschichte machen. Oder denk an unsere gemeinsamen, durchwachten Nächte. Ich immer an deiner Seite, weil du so eine seltsame innere Unruhe hattest und nicht schlafen konntest. Du warst es, die nicht schlafen konnte, sage ich aufgebracht. Weil du als kleiner Hund immer mitten in der Nacht aufgewacht bist und dann unbedingt spielen wolltest. Stimmt. Schreib das auf, das muss unbedingt in mein Buch. Wenn Sabine nicht dagegen gewesen wäre, dann würdest du jetzt in einer Hundehütte im Garten wohnen. Wirklich? Du hattest vor, mich in den Garten zu verbannen? Miss Happy hebt verächtlich eine Lefze. Und so jemand soll ich in meinem Buch erwähnen? Mir platzt der Kragen. Es ist nicht dein Buch. Wenn überhaupt, dann ist es unser Buch. Eigentlich ist es aber sogar mein Buch, weil ich nicht nur die Idee dazu hatte, sondern es auch eigenhändig schreiben werde. Ach ja? Dann sind wohl auch nur dein Name und dein Bild vorne drauf, oder was? Na ja, ehrlich gesagt, denke ich, ein guter Titel wäre sowas wie Hallo Walter, weil du mich doch immer so begrüßt, wenn ich in die Küche komme. Hallo Walter ist kein Titel, sondern eine kreative Bankrotterklärung. Wir nennen das Buch Guten Morgen, Miss Happy. Mein Konterfei wird auf einem satten Gelb erscheinen. Das weckt Assoziationen an die aufgehende Sonne und wirkt nebenbei frisch und freundlich. Ich überlege. Ganz Unrecht hat sie nicht. Ich sollte mich um der Sache willen wohl damit zufrieden geben, nur eine untergeordnete Rolle zu spielen und Miss Happys Vorschläge akzeptieren. Na ja. Immerhin werde ich als Autor genannt, sage ich, und finde es tröstlich, dass wenigstens mein Name auf dem Cover erscheinen wird, das ist ja auch nicht zu verachten. Miss Happy schüttelt den Kopf. Glaub mir, Walter, es ist keine gute Idee, das Buch unter deinem richtigen Namen herauszubringen. Viele Hunde werden nicht begeistert darüber sein, dass ich unser Geheimnis ausplaudere.